Hey Arno, ich wünsch mir das Agathe-Bauer-Lied. Hä? Agathe-Bauer! Die Hebel Fitton 6 RTL Agathe-Bauer-Songs. Ja, ja, der Agathe-Bauer-Song. Dieser Musikwunsch hat jetzt eine neue Rubrik bei Arno und der Morgencrew ins Rollen gebracht. Ja, mit Recht. Die Agathe-Bauer-Songs. Wenn du ein Lied hast, und das ist uns glaube ich allen schon mal passiert, bei dem du etwas komplett anderes verstanden hast oder verstehst, als wirklich gesungen wird, dann musst du dich an uns wenden, entweder telefonisch 8848484 oder an morgengcrew at 104.6 rhtl.com. Und jetzt ist Sabine Ausstieglitz am Telefon. Hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Sabine, bei welchem Lied hörst du denn immer was anderes raus? Ihr kennt doch von der Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, oder? Ja, haben wir es da, Jack? Haben wir da, hier. Moment, hier. Okay. Ein großer Hit, ja. Und was verstehst du da? Da singt er gleich weiter und da kommt eine Stelle, da höre ich immer, du musst besoffen bestellen. Achtet mal drauf. Du musst besoffen bestellen? Das habe ich noch nie gehört. Wir spielen es nochmal an. Du sagst Bescheid, wenn es soweit ist, ja? Jetzt sein. Jetzt? Jetzt. Nein, komm mal. Jetzt habe ich auch gehört. Mach das nochmal, bitte. Sehr schön. Mach nochmal. So, und jetzt? Du musst besoffen bestellen. Ist das geil. Geil. Ich habe mich schon. Jetzt höre ich auch immer, du musst besoffen bestellen. Dann sollten wir das machen. Wenn du auch ein Lied hast, sehr schön. Ja. Bei dem du was anderes hörst, als er eigentlich gesungen wird, dann ruf uns an 884-8484 und mach mit bei den Agathe-Bauer-Songs hier bei Arno und der Morgencrew. Arno, ich wünsche mir das Agathe-Bauer-Lied. Hä? Die 116 RTL Agathe-Bauer-Songs. Zehn Minuten vor sieben. Guten Morgen, Nadine aus Steglitz. Guten Morgen, Arno. Guten Morgen. Hallo, liebe Nadine. Hallo. Nadine, du kennst das, wenn man bei manchen Songs etwas hört, was da gar nicht gesungen wird. Ja. Manchmal sind ja solche Song-Verhörer sehr lustig und du hast auch einen Verhörer, von dem du uns erzählen willst. Was ist das denn für ein Song? Ja, und zwar, das ist von Enigma, das Lied Sadness. Habt ihr das mal da? Ja, klar. Alles klar. Okay, das ist der Song. Ja, und zwar, zum Anfang ist auch der Chor gesangt. Also es kommen ein paar Takte und dann fängt auch an der Chor. Und wenn ihr ganz genau hinhört, dann singt der Chor, oh, Anneliese, Popa, nicht. Moment, der Chor bei Enigma Sadness singt am Anfang deiner Meinung nach, oh, Anneliese, Popa, nicht. Genau, hör mal ganz genau zu. Na gut, dann kommt jetzt der Chor ganz am Anfang und dann sag mal, wann die Stelle kommt. Oh, Anneliese, Popa, nicht. Habt ihr das gehört? Ja, das ist ganz eindeutig, dass mir das selber noch nicht aufgefallen ist. Da kann man auch eigentlich gar nichts anderes verstehen. Warte doch bitte nochmal. Das ist irre. Okay. Wunderbar, ist das gut. Sehr toll, sehr gut. Sehr gut, ja. Das stellen wir natürlich auch wie alle anderen von den Agathe-Bauer-Songs auf unsere Homepage 104.6 rtl.com. Kannst du nachher dann deinen Kollegen vorspielen. Schönes Wochenende. Wünsche ich euch auch. Danke dir. Der Herr mit den Agathe-Bauer-Songs unter 884848. Ich wünsche mir das Agathe-Bauer-Lied. Hä? Die 105.6 rtl. Agathe-Bauer-Songs. Guten Morgen, Christiane aus Mitte. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei der Morgenfunk. Danke. Christiane, die Agathe-Bauer-Songs, das sind die Songs, bei denen man den Text falsch versteht und das prägt sich aber so ein, dass man es nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und du hast auch so einen Song. Genau, ich habe einen italienischen Song von NEC. Welcher? Und der heißt? Der heißt Laura Nontel. Oh, okay, Moment. Wir haben... Da. Ja, oh ja. Laura Nontel, du kosa mir. Und in der siebten Zeile singt er, Niemand kann das bezahlen. Niemand kann das bezahlen. Ich bin gespannt. Siebte Zeile, so, okay. If you need a, Niemand kann das bezahlen. Ist so toll. Niemand kann das bezahlen. Nochmal? Unbedingt. If you need a, Niemand kann das bezahlen. Das ist eindeutig. Niemand kann das bezahlen. Das ist ja klasse. Das ist super. Christiane. Also, das war toll. 884, 8484 ist unsere Nummer. Hier im Kudammkarree oder www.104.6artl.com. Auf der Homepage findest du nochmal alle Agathe Bauer Songs. Und wenn du auch einen hast, dann ruf uns bitte an, wie Christiane das auch getan hat. Der war richtig klasse. Futter, der war richtig gut, Christiane. Danke dir. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Schönen Dienstag. Tschüss. Wir holen euch auch. Tschüss. Niemand kann das bezahlen.